Herzlich Willkommen an der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg. Mein Name ist Thomas Bachmeier und ich bin der Schulleiter dieser Schule. Wir sind eine der ältesten Schulen Johannesburgs und wurden im Jahr 1890 gegründet. Aktuell haben wir ca. 1050 Schülerinnen und Schüler und etwa 162 Angestellte. Unsere Schulfamilie besteht aus 38 Nationen und einer Vielzahl von Religionsgemeinschaften. Deswegen verstehen wir unsere Vielfalt und unsere multikulturelle Schulfamilie als eine unserer größten Stärken. Unser Schulgelände umfasst über 80.000 Quadratmeter mit eigenem Schwimmbad, eigenen Fußballplätzen, Tennisplätzen, Basketballplätzen und wir haben sogar eine eigene sehr schöne Bücherei und auch ein eigenes Förderzentrum. Im Jahr 2011 und im Jahr 2018 wurden wir als exzellente Deutsche Auslandsschule ausgezeichnet. Den größten Erfolg feierten wir sicherlich im Jahr 2016, als wir den Schulpreis gewannen für die beste Deutsche Auslandsschule. Zu dem normalen Unterrichtsangebot haben wir auch einen flächendeckenden Busservice im ganzen Großraum Johannesburg und über 40 Nachmittagsaktivitäten, die für unsere Schülerinnen und Schüler kostenlos sind. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß an der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg und würde mich sehr freuen, Sie auch persönlich kennenzulernen. Falls Sie mehr Informationen benötigen, besuchen Sie bitte unsere Werkseite. Vielen Dank. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020